so das ist natürlich auch chemie aber kein gift zum eigentlichen sinne cabit echtes teufelszeug bisher das einzige was wirklich gegen wühlmäuse und den blöden maulwurf auf dauer geholfen hat wir haben ja eigentlich eine packung insgesamt zwei kilo bestellt viel zu viel hätte ich nie gebraucht wusste ich ja vorher nicht so ich habe viel zu viel davon bestellt aber ich habe hier mal einen rausgenommen daumen groß sollte man übrigens mit handschuhen machen es ist und bleibt halt schon nicht ganz ungiftig ich stelle es erstmal weg jetzt nehmen wir es tun es mal ein bisschen und ein ganz bisschen wasser wozu feucht ist aber es riecht auch schon das ist wirklich selbst bei dieser bisschen feuchtigkeit hier riecht man sofort wie kann man sagen das stinkt man da das da der maulwurf und die wühlmaus kann ich echt verstehen weil ihr seht das geht das ist gar nicht so lange die zischeln und jetzt bröselt das so vor sich hin und die ganze weile und diese gase ziehen dann durch die gänge und vertreiben das kopfzeug also im prinzip sogar noch eine sehr humane variante um die viecher zu vertreiben denke ich mal naja ich um zu entsorgen habe ich jetzt auch im rasen das wieder los ganz klar aber es verbrennt nicht also von daher alles nicht so schlimm